Das Metallschwein. Eine Geschichte. In der Stadt Florenz, nicht weit von der Piazza del Granduca, zieht sich eine kleine Querstraße hin. Ich glaube, sie wird Porta Rosa genannt. Dort, wo eine Art Bazar, wo Gemüse verkauft wird, liegt ein kunstvoll aus Metall gearbeitetes Schwein. Das frische, klare Wasser rieselt aus dem Maul des Tieres, das vom Alter ganz schwarz-grün geworden ist. Nur der Rüssel glänzt, als sei er blank poliert, und das ist er auch von den vielen hundert Kindern und Lazzaroni, die ihn mit den Händen berühren und ihren Mund an den Rüssel des Tieres legen, um zu trinken. Es ist ein wahres Bild, das wohlgeformte Tier von einem hübschen, halbnackten Knaben umfasst zu sehen, der seinen frischen Mund an dessen Rüssel setzt. Jeder, der nach Florenz kommt, findet leicht die Stelle. Er braucht nur den ersten besten Bettler nach dem Metallschwein zu fragen, und er wird es finden. Es war ein später Winterabend. Die Berge waren mit Schnee bedeckt. Aber es war Mondschein, und der Mondschein in Italien gibt eine Beleuchtung, die ebenso gut ist wie ein trüber nördlicher Wintertag. Ja, besser, denn die Luft glänzt und erhebt uns, während im Norden die kalte, graue Bleidecke uns zur Erde drückt, zur kalten, nassen Erde, die einst auch unseren Sarg drücken wird. Im Schlossgarten des Herzogs unter einem Piniendach, wo zur Winterszeit tausend Rosen blühen, hatte ein kleiner, zerlumpter Knabe den ganzen Tag gesessen. Ein Knabe, der ein Abbild Italiens sein konnte. So hübsch, lächelnd und doch so leidend. Er war hungrig und durstig, aber niemand gab ihm einen Schilling, und als es dunkelte und der Garten geschlossen werden sollte, jagte der Pförtner ihn hinaus. Lange stand er träumend auf der Brücke, die über den Arno führt, und sah zu den Sternen auf, die im Wasser zwischen ihm und der prächtigen Marmorbrücke der La Trinita erglänzten. Er schlug den Weg zum Metallschwein ein, kniete halb nieder, schlang seine Arme um dessen Hals, legte seinen Mund an den glänzenden Rüssel und trank das frische Wasser in großen Zügen. Dicht daneben lagen einige Salatblätter und ein paar Kastanien. Die wurden seine Abendmahlzeit. Kein Mensch außer ihm war auf der Straße. Er war ganz allein. Er setzte sich auf den Rücken des Metallschweins, lehnte sich von über, sodass sein kleiner, lockiger Kopf auf dem des Tieres ruhte. Und ehe er sich dessen versah, war er eingeschlafen. Es war Mitternacht. Das Metallschwein regte sich. Er hörte es ganz deutlich sagen, »Du kleiner Knabe, halt dich fest, denn nun laufe ich davon.« Und fortlief es mit ihm. Es war ein sonderbarer Ritt. Zuerst kamen sie auf die Piazza del Granduca und das metallene Pferd, das das Standbild des Herzogs trägt, wierte laut. Die bunten Wappen auf dem alten Rathaus erschienen wie durchsichtige Bilder und Michelangelo's David schwang seine Schleuder. Es war ein seltsames Leben, das sich da regte. Der bronzene Perseus und die geraubten Sabinerinnen standen da, als wären sie lebendig. Ein Todesschrei entrang sich ihnen und scholl über den ganzen Platz. Beim Palazzo Daly Uffizi, im Bogengang, wo der Adel sich während der Fastnacht zum Karnevalsspaß versammelt, hielt das Metallschwein an. »Halt dich fest«, sagte das Tier. »Halt dich gut fest, denn nun geht es die Treppe hinauf.« Der Kleine sagte kein Wort, halb zitterte er, halb war er glücklich. Sie betraten eine lange Galerie, die er gut kannte, denn er war schon früher hier gewesen. Die Wände prangten mit Gemälden, hier standen Statuen und Büsten, alle im schönsten Licht, als sei es heller Tag. Aber am prächtigsten war es, als die Tür zu einem der Seitengemächer sich öffnete. Ja, der Herrlichkeit dort erinnerte sich der Kleine, doch in dieser Nacht war alles in seinem schönsten Glanz. Hier stand ein nacktes, schönes Weib, so schön, wie nur die Natur und der größte Meister des Marmors sie formen konnten. Sie bewegte die schönen Glieder, Delfine sprangen zu ihren Füßen, Unsterblichkeit leuchtete aus ihren Augen. Die Welt nennt sie die mediceische Venus. Neben ihr prangten Marmorbilder, deren Stein vom Leben des Geistes durchdrungen war. Es waren nackte, schöne Männer. Der eine schärfte das Schwert, der Schleifer wird er genannt. Die ringenden Gladiatoren bildeten eine andere Gruppe. Das Schwert wurde geschärft, die Kämpfer maßen sich vor der Göttin der Schönheit. Der Knabe war von all dem Glanz wie geblendet. Die Wände strahlten in vielen Farben und alles dort war Leben und Bewegung. Doppelt zeigte sich das Bild der Venus, die irdische Venus so schwellend und feurig, wie Tizian sie an sein Herz gedrückt hatte. Das war ein wundersamer Anblick.